Hallo, mein Name ist Daniel Behlauer von Browning Deutschland. Ich möchte Ihnen heute die Bar Tracker vorstellen, seit diesem Jahr in unserem Programm. Bar mit Kunststoffschaft und Handspannung. Zusätzliche Feature der Bar Tracker, kurzer extrem führiger Lauf mit Kanellierung, Drückjagdvisierung offen und Orangen Softgrip Einlagen. Die Bar Tracker, sehr gut geeignet für den positionellen, sowie für den aktiven Drückjagdschützen und auch Durchgehschützen, als auch den Hundeführer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017